hallo meine lieben freunde ich bin wieder mal am flughafen wo denn auch sonst ich begrüße euch immer am flughafen und heute geht es wieder mal in die türkei ich bin wieder eingeladen worden jetzt für jetzt für die das wird ein reines rc model fest und dann im september findet noch mal die große flugschau statt ja nehme euch natürlich wieder mal mit viel spaß bei diesem blog so ich sehe ein bisschen fertig aus aber ich wollte euch jetzt mal zeigen ich bin dieses jahr das erste mal nicht in einem hotel untergebracht sondern hier direkt auf dem flugfeld die guestrooms sind fertig und jetzt guckt euch das mal an mein gott ich fühle mich hier wie zu hause das beste ist ich habe sogar ein paar hausschuhe also es ist wirklich sehr sehr süß ich bin hier super happy ich glaube ich glaube das einzige was fehlt ist eine mini bar so ich nehme jetzt hier aus meinem golf case mein heli raus und der wird jetzt gleich aufgebaut vielleicht schaffe ich noch einen test flug wir werden sehen so wie ihr sehen könnt mir geht es gut ich bin in der türkei heile angekommen taifun und seine frau kümmern sich ganz herzzerreißend um mich der zwei stunden autofahrt zum flugfeld bin ich schon ordentlich gefüttert worden und jetzt sind wir gerade noch ganz kurz nach sie das ist die nächst größere stadt in der nähe vom flugfeld welche her gefahren weil wir uns gedacht haben wir gucken uns das ganze mal an und lustigerweise war hier heute ein open air festival was ihr jetzt natürlich auch gleich sehen werdet und das war wirklich mega witzig und irgendwie total urig und traditionell hat mir richtig gut gefallen aber ich habe heute einen langen tag hinter mir ich bin um fünf uhr morgens aufgestanden wir haben jetzt elf oder halb zwölf und es man sieht es in meinen augenring es wird langsam zeit dass ich ins bett gehe und ja die beiden lieben leute fahren mich jetzt zurück oh mein gott wie sehe ich aus zurück ins flug zum flugfeld wo ich in mein kleines hotelzimmerchen gehe und dann werde ich auch ins bettchen gehen gott sei dank geht es morgen erst sehr spät weiter heißt ich muss erst um 9 uhr beim frühstück sein also wir sehen uns morgen herzlich willkommen zu tag 1 von der flug show ich hoffe man hört mich überhaupt mit der lauten musik ich hatte gerade mein briefing und ihr seht schon hier ist schon ordentlich aufgebaut ich habe die gute möglichkeit ich kann mir meine flugslots frei organisieren das heißt ich kann so oft fliegen wie ich will ich habe akkus ganz neue akkus ein ladegerät das heißt ich kann heute laden fliegen laden fliegen laden fliegen gut kommt darauf an wie viele piloten hier sind es waren schon einige was ich gesehen habe aber wird auf jeden fall recht geil es ist schön warm es ist kein wind es ist perfekt ja ich gucke mal ob ich jetzt gleich vielleicht direkt am anfang ein flug rein kriege und dann nehme ich euch natürlich mit viel spaß so ich habe meinen ersten flug schon gemacht ich habe ihn überlebt wie ihr seht das ist ziemlich windig jetzt gerade geht es wieder natürlich jetzt wo ich fertig bin mit fliegen ist es nicht mehr windy aber ja es war ziemlich stürmisch es hat die flugzeuge von den tischen geblasen es hat die flugzeuge umgeblasen aber ich bin trotzdem raus geflogen und bin rausgegangen und habe meine stiefel geflogen und habe es überlebt es war jetzt nicht der schönste flug aber mein gott ich bin gerade noch von der presse interviewt worden ich finde das ja immer total süß wenn die leute da so interessiert dran sind ich freue mich auch richtig dass ganz viele frauen und kinder zu mir kommen und sagen dass sie das toll finden was ich mache und wollen fotos haben und ja ich freue mich einfach also richtig toll hier die leute sind wieder mal super süß und super nett ich werde umhegt und umpflegt wie eh und je und vielleicht wenn nachher der wind etwas abklingt finde ich jemanden der meinen nächsten flug aufnimmt ich freue mich noch auf die flugshow von der semin die wird hier hinten ist der doppeldecker die wird dann wieder eine live kurzflugshow machen sie meint das ist ihr gerade etwas zu windig aber ich hoffe sie zeigt heute noch was und ich nehme euch natürlich mit lasst euch überraschen alles 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 j Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.